Ich habe mich bei der Firma Daxner per E-Mail beworben und bin dann auch sehr schnell zu einem Gespräch eingeladen worden. Das erste Gespräch hat stattgefunden mit der Frau Eva Daxner, die die Unternehmenskommunikation über hat und mit Herrn Johann Daxner, meinen direkten Vorgesetzten. Und beim zweiten Gespräch war dann auch der Herr Christian Daxner noch dabei. Also wenn es um Gespräche, Bewerbungsgespräche oder um Kundengespräche geht, da bin ich sehr spontan. Ich kann mich sehr schnell auf die Situation einstellen und auch bei diesem Gespräch habe ich natürlich meine Unterlagen mitgehabt und habe einfach drauf losgelegt. Die Vorbereitungen für das Bewerbungsgespräch, ich habe mir die Internetseiten der Firma Daxner nachgeschaut, was die genau machen, was das Aufgabengebiet der Firma Daxner ist und was sie produzieren. Es gibt auch die Möglichkeit bei uns als Schnuppertag zu absolvieren. Da lernen sich die Werkstätte und das Team ein bisschen näher kennen. Beim Bewerbungsgespräch an sich, die führe ich selber mit den Bewerbern. Da ist eigentlich eine lockere, legere Umgangsform miteinander. Also wenn einer bei uns zum Bewerbungsgespräch kommen sollte, dann soll er einfach locker sein, sicher sein, sicher in seinem Wissen sein und dann kann schon nichts mehr schief gehen. Also beim Bewerbungsgespräch schaue ich speziell einmal auf den Willen, ob die Person einen Willen hat, diesen Beruf zu erlernen. Weitere wichtige Dinge sind natürlich die Noten. Ich glaube beim Bewerbungsgespräch ist wichtig, dass man sich vorher über die Firma informiert, dass man eben auch Fragen stellen kann über das Unternehmen oder über das Arbeitsumfeld und generell würde ich einfach den Tipp geben, man soll authentisch bleiben, man soll sich treu bleiben und dann wird schon alles klappen.